Wunderschönen guten Tag aus Hildesheim. Mitten im Wald sind wir hier beim FC Concordia in der Kreisliga und wir haben hier einen ganz netten Amateurplatz gefunden mitten im Wald. Der ist sehr schön und den zeige ich euch natürlich jetzt ganz gerne mal. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018